Die Börsenminute Investments für die 20er Jahre Geht's euch auch so? Der Börsenboom in der Pandemie hat einen dazu verleitet, überall Gewinnchancen zu wittern und viel zu viele schöne börsennotierte Unternehmen für sich zu entdecken. Am Ende hat man den Überblick über sein Portfolio verloren und vielleicht sogar noch schlimmer, man weiß nicht mehr, weshalb man das eine oder andere Wertpapier überhaupt erworben hat. Mir ist es mit dem US-Unternehmen Lindsay so ergangen, das auf Bewässerungstechnik in der Landwirtschaft spezialisiert ist und nebenbei im Sektor Infrastruktur noch bewegliche Leitplanken und Sicherheitssysteme produziert. Eigentlich interessante Sparten. Es hat mir in den letzten sechs Monaten aber doch vergleichsweise hohe Verluste beschert, weshalb ich mir die Aktie jetzt doch vorgeknöpft habe. Gott sei Dank sehe ich keine fundamentale Veranlassung, mich von meiner kleinen Position von Lindsay-Aktien umgehend zu trennen. Sie hat nur den Nachteil, dass die Marktkapitalisierung an der Börse gering ist und das Papier deshalb so stark schwankt. Bei der nächsten guten Gelegenheit werde ich mich aber von dieser kleinen Position in meinem Portfolio trennen. Nicht, weil ich an Lindsay nicht mehr glaube, aber um mich wieder auf wenigere Wertpapierpositionen zu konzentrieren, die ich dann auch im Auge behalte. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch die im September 2020 verstorbene deutsche Börsenoma Brigitte Sander. Die ehemalige Lehrerin, die erst in der Pension sich mit Aktien beschäftigte und zur Millionärin wurde, hat Aktien regelrecht gesammelt und stolz ihre über 100 verschiedenen Wertpapiere präsentiert. Ich hatte noch das Vergnügen, sie auf einer Finanzmesse in der Wiener Hofburg moderieren zu dürfen. Sie hat mich wirklich mit ihrem Wissen und ihrem Enthusiasmus für Aktien tief beeindruckt. Nur so viele verschiedene Aktien zu besitzen, abgesehen davon, dass man da auch schon ein stattliches Vermögen besitzen müsste, macht auch aus der Sicht der Risikostreuung keinen Sinn mehr. Man sollte sich weder auf ein bis zwei oder drei Einzeltitel beschränken, noch sollte man zu viel Aktien sammeln. 15, in jedem Fall 30 Aktien sind genug, um das Risiko zu streuen. Und für die schmale Geldbörse empfiehlt sich, ohne dies für die Diversifikation in einem Fonds oder Aktien-ETF zu investieren, mit dem man schon in 30 bis 1600 verschiedene Aktien auf einem Schlag beim MSCI World investiert ist. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.